Wir sind heute unterwegs nach Hockenheim. Dort treffen wir den Dennis Reterra. Der Dennis ist der Leiter von den Instrukteuren beim Porsche Experience Center am Hockenheimring und der Dennis wird uns mal zeigen was der Taycan 4S auf dem Handlingkurs so alles drauf hat. Ich freue mich auch den Taycan dir mal zu zeigen. Die Sonne scheint, ich würde sagen wir gehen schon raus und legen los. Das Gute an einem Taycan hat auf jedem Bereich sobald wir ans Gas gehen hat man einfach maximale Leistung und von daher ist es ganz wichtig dass man nicht zu früh in der Kurve aus Gas geht. Also grundsätzlich ist es immer so Gewicht kann man nicht rausnehmen wenn man es hat man muss es immer runter bremsen also das merkt man immer das gute wieder da ist dass der Schwerpunkt so niedrig liegt dass man einfach beim Bremsweg da auch also weniger davon merkt und dazu hat man immer noch diese Sportperformance. Niedriges Schwerpunkt ist ganz ganz wichtig merkt man auch direkt wenn wir auf die Strecke fahren vor allem bei uns auf der Handlingstrecke das sind sehr enge Strecke mit vielen Kurven wo man wirklich die Performance merkt auch dem 4D Chassis Control merkt man da unheimlich gut wie das einfach die ganze Technologien zusammenarbeiten und das Fahrzeug auch dementsprechend sehr gut ums Eck kriegt und schnell auf der Rundstrecke. Aber wenn der Kunde aussteigt am Endeffekt ist er total begeistert also am Endeffekt spricht das Fahrzeug vor sich. Das Fahrzeug überzeugt der Kunde wie gut er ist. Man hat natürlich eine höhere Wartungshaltung bei Porsche und auch mit Elektrofahrzeugen aber trotzdem steigt man also eigentlich immer wieder raus wo man sagt das hatte ich nicht erwartet und das ist immer natürlich die beste Botschaft was wir bekommen können nach ein Fahrt. Dass ein Fahrzeug das doch so schwer ist wie der Taycan dermaßen zackig um die Ecken geht und gerade mit der Launch Control auch noch beschleunigt wie eine Rakete das hat mich wirklich beeindruckt und das ist absolut unglaublich. Leider kann man das aber so auf öffentlichen Straßen nie wirklich rausfinden und deshalb ist es natürlich toll dass Porsche hier am Hockenheimring ein einzigartiges Angebot geschaffen hat. Ich kann jedem nur empfehlen hier mal her zu kommen und entweder mit dem eigenen Fahrzeug oder einem Fahrzeug aus dem Fuhrpark des PEC die Performance des Taycan zu erleben.